Hallo Leute, wie geht's? Heute werde ich Ihnen zeigen, wie viel bei uns Benzin kostet. Ich habe gewählt eine Tankstelle, eine normale Tankstelle. Diese Tankstelle ist so bekannt bei uns in Kasachstan. Das heißt Royal Petrol, dort Kanal Tampen und unsere Zähne, unsere Preise, die kostet Vainz, Vainz kostet Diesel, 290 TNG und TNG kostet 1 Euro kostet 500 TNG. Das bedeutet fast 1 Euro kostet 1 Liter Benzin bei uns. Das kostet ca. 70 TNG, denke ich. Ja und Benzin 92 kostet 205 TNG und Benzin 95 kostet 265 TNG. 1,5 Euro kostet bei uns Benzin. So, sieht es aus. Ich würde jetzt tanken. Dann gehe ich nach Hause. Tschüss, bis bald.